hallo und da zittert unser lieber freund herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play ja ich hoffe dass die sound jetzt das ganze mit dem sound jetzt irgendwie funktioniert weil irgendwie habe ich in letzter zeit mit obs und meinem mikrofon ein paar klitzekleine problemchen dass es sich ab und zu sagen dass ich durch eine blechdose quatschen aber keine ahnung warum ich hoffe nicht dass ich neues mikrofon braucht aber davon lassen wir uns nicht abbringen wir haben trotzdem spaß ich freue mich trotzdem über eure steinpilze in den kommentaren und über eure ganze liebe und euren support wenn wir hier finden jetzt ist es wofi wau wau da war der zwischenweg hat ein bisschen höher ziehen so jetzt aber jetzt haben wir ihn getroffen tut uns leid und die war aber du bist böse das weiß ich leider schon nicht alle hunde sind böse aber der und verböse kommt ja geben ja das scheit und tote rate auch nicht es ist sehr verwunderlich dass hier niemand ist ja noch lebt ich weiß nicht woran es liegen könnte ich habe absolut gar keinen plan und da schrecke ich mich vor die radio radio ja die ja so sieht es aus so und nicht anders wir waren unsere schützen viel fertig ich sag nichts dazu die hatten löffel dabei unsere schützen fertigkeit verbessern und das geht natürlich ganz gut wenn wir schießen hier eisenpfeilen dankeschön hier nichts nützliches wald lichtstängel hüte jay nichts nützliches nichts nützliches danke für nix du blöder pilz danke für nix du wenn er sich in dieser session auch gleich wieder gleich mehrere folgen aufnehmen deswegen muss ich auch schauen dass wir 50 niedrige haben dass wir die zeit nicht übersehen so 20 gold ist nicht schön ah machen wir sind 20 gold 23 gold schüssel ich habe schlüssel gelesen lesen wird überbewertet liebe freunde genauso wie steigern griffe werden total überbewertet aufnahme läuft hoffentlich auf auf jetzt läuft es auf flüssig auf flüssig so dann schauen wir mal da ist noch eine rade da kommt ein baum geflogen ich auch gut zu wissen die sind da oben irgendwo steigwertigkeit verbessert so ratte eine ratte mit dietrich mhm klar klar doch eine ratte mit dietrich wer es glaubt eine ratte ich weiß ich wiederhole mich aber eine ratte mit dietrich ja wer kennt es nicht die dietrich hatten wird noch eine tür irgendwo nicht nur die wir hatten oben auch noch ich gehe mal auf die andere seite darauf ja nix und hier ein bisschen mehl dankeschön wie gesagt mehl wollen wir nicht mitnehmen weil mehl ist schwer da hat mir den hund das heißt die tür die war 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 die 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 war glaube ich hier hinten irgendwo ja dann hier abbiegen dann hier abbiegen dann da abbiegen dann da abbiegen dann da abbiegen und tür getroffen ich habe keine windskraft mehr leichte rüstungfertigkeit verbessert ja nicey windskraft ist auch nicht so tragisch wenn wir da nicht viel haben unter wasseratmen wäre schön wenn ich das spruchrolle und dietrich dietrich sind gut die geben uns viel mut geht kein dietrich dabei ich bin enttäuscht von ihr aber ich finde wir schießen schon ganz gut wir schießen schon recht gut Nein, ich habe keinen Corona. Ich habe mir nur einen eigenen Spuck hier verschluckt. So, dann haben wir noch eine Kisse. Und den hier. Huiuiui, da hat es geknarrt. In diesem Fall, Achtung, gehen wir dann vielleicht auch noch. Dankeschön. Geil, 10, 50 Gold. Weißt du, in der verschlossenen Truhe. In der verschlossenen Truhe haben wir einfach mal 10 Gold drin. Puh. Aber in der offenen Truhe, ja gleich mal 50. Gib ihm, gib ihm, Amigo, 50 Gold. Warum auch nicht. Nun, nix wieder abgeschossen. Geschlossen. Wie sieht es eigentlich mit unserer Schützenfähigkeit aus? Ja, bei 33. Das ist gut. Das ist gut. Aber wir bewegen uns in Richtung Ausgang. Und dann sehen wir weiter. Wie es uns so geht da draußen. Das Frischling. So, als Frischling da draußen. Hier draußen können wir übrigens auch laufen. Weil Athletik und so. Verstehst? Daher werden wir in Richtung Korol müssen. Gehen wir mal die Straße entlang. Vielleicht treffen wir ein paar nette Herren dort. Ah, ein paar Alchemie-Zudaten wieder. Erfolg Zinnober-Schwur. Aber nix. Da auch nix. Warte. Ach, ich hab die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Ach Gott. So, weiter nach Westen. Einfach mal Querfeld eingehen. Ah, okay. Ich verstehe. Wir sind auf der komplett falschen Seite. Dann müssen wir woher ab durchs Wasser. Ab durchs Wasser mit uns und dafür, dass Oblivion von 2006 ist, ist es eigentlich ein recht gutes Game. Also ich kann nicht meckern. Grafisch und auch was den Spielspaß angeht. Für alle, die so auf Rollenspiele stehen. Jetzt nicht auf die Art von Rollenspiele, was ihr vielleicht denkt. Oh, ne Burg. Wir gucken wir uns an. Die haben mit Oblivion sicher ihren Spaß. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Vor allem, weil man in Oblivion so viele Möglichkeiten hat, die man in Skyrim jetzt wiederum nicht hat. Außer man hat jetzt extrem viele Mods installiert. Fest und Kaiserreich. Mal gucken. Mal gucken, was oder wer uns hier erwartet. Ach, die Willis schon wieder. Hallo, Willi. Ah, ist im Feld. Danke, Willi. Meistens gibt's da auch Kisten. Ei, ei, ei. Meistens gibt's da auch Kisten, die man looten kann. Also nicht nur drin, sondern auch hier heraußen irgendwo. Wir müssen nur genau suchen und wir haben sie gefunden. Da hinten ist sie versteckt. Ja, wir haben ja schon 17 Gold. Und nochmal Knobach gefunden. Aua. Nein, das war nicht gut. Der war gar nicht gut. Ab in die Festung mit uns. Wir werden unterwegs noch sehr viele Orte entdecken. Sehr, sehr viele Orte. Und ich warme euch gleich vor. Die Folgen werden wahrscheinlich zwischen 15 und 20 Minuten lang werden. Nicht länger, damit wir viel vom Let's Play haben. Und damit ich mir leichter beim Schneiden tue. Hui. Schleichen verbessert. Ja, nice. Ja, nicht nice, weil ich jetzt nicht sehe. Aber, nein. So, jetzt aber. Da hat der Feuer gemacht. Ist der zweite Pfeil? Hier nicht. Ich glaube, wir gehen zuerst unten entlang und dann gehen wir oben entlang. Können wir nicht rein? Das Popoloch. Ab ins Popoloch mit dem Pfeil. Eine Apo-Punktur. Diesmal nehme ich aber sein Ding ja auch mit. Schlimm wird es erst dann, wenn wir auf... Wo ist der zweite? Wir sind entdeckt worden. Aber wo schießt du? Auf und da. Hallo. Truhe ist sehr leicht. Truhe ist sehr leicht. Ah, und mein Ding ist bei einer sehr leichten Truhe. Wow. Intelligenz und Hexerei brauchen wir nicht unbedingt. Wir dürfen doof sein. Und dann erst unten entlang schauen wollen. Machen wir die mal. Ich hoffe, dass wir keine Gespenster haben oder Skelette. Wenn wir an Skelette gehen dann noch. Aber Geister und Geschwänze und so weiter können nur mit magischen Waffen. Das müsste hier sein. Schützenfertigkeit verbessert. Ja, dankeschön, liebe Spiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Übrigens, ich bin auch mit Oblivion live auf Twitch. Da könnt ihr den aktuellen Charakter, die Pipeline unter Augenschein nehmen. Eine süße, kleine Mietekatte mit ganz, ganz scharfen Krall. Und unten hier keine Kiste irgendwo. Mal ganz ordentlich durchgucken. Ganz flotzt und ganz fix. Keine Kiste. Es ist aber doof, wenn hier keine Kiste ist. Aber wir haben hier ihn. Und er gibt uns den Pfeil zurück. Pfeil ist hier auch keiner. Dann schauen wir mal. Was verbiegt sich hinter Tornummer? Da zu hoch. Eins. So, hundertprozentig raus habe ich es leider noch nicht. Oh, Tank der Krankheitsheilung. Das ist immer gut. So ganz raus habe ich es noch nicht mit dem Beißring des Nordens. Dankeschön. Können wir eigentlich zwei Ringe tragen? Nur mal Fragen für den Freund. Ja, wir haben jetzt da Frostschild und Schockschild. Wir sind ja gut da, gut dabei. So, der Nächste. Umgeflogen. Ich ja umgeflogen. Zuerst ist er auch umgeflogen und dann ist er dann umgeflogen. Ja. Genau so. Ja gut, wir haben jetzt mit dem Charakter im Devil 2 schon zwei magische Sachen gefunden. Jetzt wäre es noch cool, wenn wir einen magischen Bogen finden würden. Oh, da oben flügt einer. Da fliegen mehrere. Obwohl, wir haben den einen erwischt, ohne dass uns der andere entdeckt hat. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Unser Stealth-Charakter. Stealtht sich da was Schönes zusammen. Wieder zwei Kisten. Das war dank der Hexerei. Acht Gold und ein Silvernacki. Entschuldigung. I don't know, was mit mir los ist. Und dieses Dungeon ist größer als ich dachte. Uiuiui. Obwohl, wir waren hier schon. Sieht so aus. Wir können hier aber noch hoch. Jetzt müssten wir noch das oberste Stockwerk machen. Dann sollten wir eigentlich hier alles erledigt haben. Wow, da geht es ja gar nicht weiter. Ui. Da drüben geht es weiter. Aber ich glaube, da geht es wieder raus. Nichts Nützliches. Was haben diese Steinpilzeln eigentlich Nützliches dabei? Als Herzens. Gute Frage. Und ich würde sagen, liebe Freunde. Daher wir uns jetzt dem Zeitlimit genähert haben, das ich mir gesetzt habe, pro Folge, würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Oblivion wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch gerne mal bei Twitch vorbei. Würde mich sehr freuen. Mahlzeit Und Tschüssi.